Das war sensationell. Das war eines meiner besten Seminare, die ich je besucht habe. Besonders eben diese Kombination, ich kann alles privat nutzen und beruflich nutzen. Für mich waren das zwei Tage mal außerhalb meiner eigenen Arbeitswelt, komplett anderer in Anführungsstrichen Fachbereich. Zusammenstellung, Themen, Dauer, Top-Referenten, das ist Premium-Qualität. Jeder hat seinen Bereich und trotzdem gibt es eine Einheit am Schluss. Begeisternd, Mehrwert, einfach gut. Total spannend, mein Kopf ist total voll, voll geballt mit Informationen. Ich habe hier wirklich fünf wahnsinnig, ich glaube man kann sagen, die Speaker gehören zu den Besten, wirklich die intensiv kennengelernt, nicht nur während der Tagung, sondern auch außerhalb, in den Pausen und abends wertvolle und wertschätzende Gespräche geführt. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert dieser Veranstaltung. Absolutly, amazingly positive Atmosphäre. Ein paar private Sachen natürlich auch, meine Frau war mit dabei, das wird ein Ping-Pong-Spiel, da freue ich mich schon drauf. Also ich fand es unheimlich toll und ich danke euch sehr dafür. Ich bin dankbar. Bis dahin habe ich Europa League gespielt, jetzt komme ich so ein bisschen in die Champions League und das ist, wo ich hin möchte. Ich habe es so lebendig und so wunderschön gefunden, total tolle Sprecher, die authentisch gewirkt haben. Dass ich mal nicht im Bereich meiner eigenen Fachrichtung was gehört habe, sondern mal was wirklich komplett über den Tellerrand hinaus was anderes gehört habe. Ich habe mit vielen unglaublichen, sehr, sehr smarten Menschen hier auch gesprochen, um das gleiche, wie ich war, um zu finden, wie wir Dinge verbessern können. Ja, unglaublich. Es war liebevoll, das möchte ich nicht sagen. Es war echt liebevoll. Es hat mir richtig gut gefallen. Also ich nehme für das Private und Berufliche extrem viel mit. Lebensverändernd. Und Freude. Das passt hier sehr schön. Inspiring, Motivating and Fun. Perfekte Organisationen und perfekte Referenten, die einem wirklich ganz, ganz viel mitgeben. Danke dafür nochmal. Dankeschön. Input auf Premium Niveau. So kann man es, glaube ich, in einem Satz gut festhalten. Danke für die Zeit. Es hat Spaß gemacht. Ich nehme so viel mit nach Hause. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Danke.